Weißt du die Grenze, Kleiner? Weißt du die Grenze zwischen Knabbern und Wehtun? Sie stand aber mehr auf ihm. Ja, sie sind heute ein bisschen schmutzig, weil sie heute zum ersten Mal ganz selbstständig aus dem Napf gefressen haben. Ja, das stimmt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sit-Ups, ja sit-ups, ja fein, ja fein, ui, ups. Hmm. 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 Wo sind die Feder eigentlich? Hmm. Hmm. Die müssen in der Kiste sein. Hmm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.